Hallo und willkommen zurück zu Atelier Cherie. Nach dem unrühmlichen Ende letzte Folge bin ich noch mal ins Abyss getigert, also in den Abgrund und habe es dann noch mal durchforstet und diesmal den Boss da am Ende in Ruhe gelassen und ich habe tatsächlich noch ein Buch gefunden, was ich letztes Mal übersehen hatte und da sind Rezepte drin. Und zwar alles Accessoires meine ich genau und das einfachste Accessoire beginnt bei Level 70 und die nächsten gehen hier bis Level 90 hoch. Da muss ich also noch mal ein bisschen aufleveln, um die überhaupt zu basteln zu können und ich denke, dass wir diese Accessoires auch brauchen, um den dicken Boss mit seinen 150.000 Hitpoints da am Ende überhaupt besiegen zu können oder ja, damit wir überhaupt eine kleine Chance haben. Das machen wir diese Folge aber nicht. Dann bin ich los, oder erstmal was machen wir diese Folge denn? Stattdessen, wollen wir uns mal angucken, wie wir diesen Drachen besiegen. Der gefährliche Drache und da dachte ich ja erst, das wäre vielleicht dieser Silberdrache. War er aber gar nicht, denn ich bin noch mal zu dem Silberdrachen hingegangen und habe den besiegt, weil er sich diesmal nicht in diesen riesen Monsterdrachen verwandelt hat. Habe ich wohl ein bisschen Glück gehabt. Das war noch eine Nebenaufgabe, war erledigt und jetzt geht es halt daran, diesen Drachen zu finden. Und ich habe auch schon vorweg gesucht und deshalb können wir direkt losgehen. Ich muss jetzt keine lange Suchaktion machen. Der war hier bei der Himmelsliane und zwar dort. Hier oder hier war ja dieser Naturdrache und hier ist jetzt der andere Drache. Ich weiß es, weil ich ja schon mal nachgeguckt habe, weil ich jetzt mit euch ja nicht wieder eine Weltreise machen wollte. Was so alles passieren kann. Wenn ich süße Äpfel esse, Erinnerungen an Colsaid. Ich erinnere mich immer an Colsaid, wenn ich Solle sehe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn hier mal wieder treffe. Colsaid Zweig, jetzt ganz ohne Solle. Mache mir Sorgen. Sag mal, war Solle in Colsaid genauso wie jetzt? Sag mal, war Solle in Colsaid genauso wie jetzt? Was meinst du denn mit genauso? Na ja, weißt du, so Stock im Hintern und mag Süßigkeiten. Jetzt habe ich die Repertoire. Wissen mehr nun. Ja, ich hatte jetzt nicht genau nach seinen Süßigkeiten gefragt. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich das, was Homora uns sagen wollte. Das Solle jetzt nämlich mehr Süßigkeiten herstellen kann. Er hat sein Süßigkeiten Repertoire erweitert. Und Wilbel sagt, lass mal überlegen. Er scheint jetzt geschäftiger zu sein. Aber er hat auch viel mehr Spaß an der Arbeit. Solle hat viel gelernt von Escher. Ja, und ich denke, ein Grund wird auch damals die Aussprache zwischen Solle und seinem Vater gewesen sein. Dadurch hat Solle jetzt wahrscheinlich überhaupt die Möglichkeit, Spaß an seiner Arbeit zu haben. Vermisst du eigentlich Colsaid-Meisterin? Naja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es gar nicht vermisse. Aber ich bin ja noch in der Ausbildung und da reist man halt sehr viel. Und am Ende verliebe ich mich dann immer in die Städte, in die ich reise. Ich auch. Ich würde gerne einmal mit euch allen nach Colsaid reisen. Ich würde gerne einmal mit euch allen nach Colsaid reisen. Oh, ich auch. Ich will ganz viele verschiedene Städte bereisen. Die haben wir mal wieder so eine Zwischensequenz eingeschoben hier. Wo wollen wir jetzt hin? Da? Nein. Da. So, ich hoffe, ich schaffe diesen Drachenkampf auch. Ich habe jetzt keine Lust, euch eine Folge zu zeigen, wo ich wieder mal aufs Maul bekomme. Und deshalb habe ich auch schon mal nachgeschaut, wie viele Hitpoints dieser Drache denn so hat. Und es schien mir machbar zu sein. Und deshalb weiß ich auch schon, dass diese Folge sicherlich voller Gewalt sein wird. Da ist er. Ist er das? Oha.. Ich bin fast auf das Sanddrag. Ich bin fast auf das Sanddrag. Achso. Das Teil sieht ja noch gefährlicher aus als der Sanddrache! 人. Menschen. Oh, diese Stimme! Wann ist das? Ich glaube, ich werde mit uns, was ich zu kämpfen. As universe. Mann. Ich glaube, dass du mit mir kämpfst bist. Menschen. Ja, solange du weiterhin Menschen verletzt, müssen wir dich bekämpfen. Und falls ihr es schafft, mich zu besiegen, würdet ihr trotzdem weiterhin meine Rasse bekämpfen? Wenn es möglich wäre, für unsere Rassen zu koexistieren, würden wir es versuchen, aber... Das ist unmöglich. Der eine oder der andere muss fallen. Ja, damit versucht uns die Geschichte jetzt gerade zu erklären, warum diese Kämpfe gegen die Drachen sein müssen. Weil Menschen und Drachen nicht koexistieren können. Genauso wenig wie Menschen und Problembären koexistieren können. Das hatte ich ja in einem anderen Spiel schon mal angesprochen. Und naja, das ist aber jetzt auch ein ungleiches Duell, denn es gibt jetzt einmal diesen einen Drachen oder vielleicht eine Handvoll oder vielleicht auch 10 oder 20 Drachen, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen. Und natürlich werden es die Drachen dann nicht schaffen, die Menschheit auszurotten, was sie aber auch gar nicht wollen. Sondern sie beanspruchen nur Lebensraum. Und die Menschen wollen diesen Lebensraum für sich alleine und sind auch nicht bereit, geringe Verluste hinzunehmen. Was aber auch eine natürliche Reaktion ist. Also es ist ja die Darwinische Auslese. Also es geht um den Überlebenskampf der Natur. Und da versucht der Mensch natürlich obenauf zu sein. Und darunter muss er als Drache jetzt leiden. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das Ganze halt, ähm, philosophisch korrekt ist. Ich wusste es. Es ist eine Schande, ähm, zu sehen, wie wir gerade in der Lage sind, das auszudiskutieren. Ich verstehe den Sinn nicht ganz. Sorry. Da kann man nichts machen. Die Welten, in denen wir leben, sind zu unterschiedlich. Ja, halt unterschiedliche Kulturkreise. Und da wir nicht koexistieren können, ist unsere einzige Möglichkeit, einen Konflikt des Stolzes auszutragen. Ja, das stimmt. Dann, dann, komm! Alles klar, auf geht's! Ach, ich hab sogar noch ein Ultimate übrig. Das ist ja praktisch. Von einem der letzten Kämpfe. Ich hab ja auch noch ein paar Nebenquests gemacht. Wie gesagt, zum Beispiel diesen Silberdrachten und so weiter. Ja, das kann Juri auch gut machen. Und der Drache heißt Alte Gewalt. Hat, ähm, 31.500 Points. Da denke ich, das ist im Rahmen des Möglichen. Der Naturdrache hat ja 24.000 und war jetzt nicht so ein Riesenproblem. Deshalb will ich es jetzt mal angehen. Ich hab's noch nicht versucht. Bin mal gespannt. Vielleicht kann er sich ja auch heilen oder andere fiese Sachen. Dann hab ich wieder ein Problem. Machen wir erst mal Ultimate. Komm. Schaden geht noch so gerade. Na ja, wir müssen jetzt hier! Wir müssen endlich entscheiden! Noch ein Mal! Ich bin 69, muss also nicht schlecht sein. Können wir schon mal seine Angriffskraft reduzieren. Ich bringe 20% Burst, das machen wir mal. Und bringen Miruka nach vorne. Ja, oder? Ja. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, diese Prinz kannte ich noch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den Burst muss ich auch mindestens 120 bringen. Mit der Unterstützung von Keys gleich. Mal eben gucken, ob das hier... Das würde 27 bringen, das ist nicht schlecht. Mit alle 27, oder? Gut, dann machen wir das mit den Time Cards. Und bringen Keys nach vorne. So, ich muss den halt möglichst hoch bringen, den Burst, damit der jetzt... Ah, sogar über 130, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich alle drei Effekte hier einsetzen. Okay. So, jetzt machst du mal... Ja, was machen wir? Glasrose oder Meteor-Heilung brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann machen wir erstmal den Meteor, weil der Burst gerade an ist, damit der Meteor zweimal wirkt. Ich denke, das ist ganz okay. Das ist ganz klar. Dann klauen wir gerade mal was. Dann sind wir jetzt auch schon wieder dran. Nichts, oder? Bitte alle überleben, sehr gut. So, dann können wir jetzt nämlich unseren Kombo-Angriff machen. Ja, Wasserschaden, Speedrunter, klingt alles gut. Das ist, das klingt nicht so gut. Das klingt auch nicht so gut. Was haben wir denn hier? Wind? Schwach gegen Wind, super. Das machen wir. Und er kriegt den finalen Schlag gleich Cortis, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass der Wind losgeht. Oh, Juchikki! Diese距離... Ich werde den Wind loswerden. Ich werde den Wind loswerden. Ich werde den Wind loswerden. So, 10.000 haben wir ihn dann abgenommen. Ich werde den Wind loswerden. Ich werde den Wind loswerden. Aber Cortis macht nochmal einen Angriff, weil wir haben wieder einen Kombo-Angriff. Super. Und dann müsste den finalen Schlag, er muss Miro-Kai nicht machen. Noch nicht. Wann geht es. Weitere los. Ich werde den Wind loswerden. Wir sind jetzt nicht loswerden. Das wird sofort geschlossen. Ihr seid zur Zeit. Wir spielen den Wind loswerden noch mal. Der Wind loswerden uns an. Die Zeit ist für die Zeit. Oder lieber ein bisschen Leben zurückholen. Da ist gleich dran, ich nehme lieber das Leben. Wow, voll geheilt. Oh, so... ... und... ... und... Es war auch gut so, sonst wäre Tüsche knapp gewesen. Dann kriegen wir noch ein Kombo durch mit dem Burst, ist ja Wahnsinn! Ratsch suube ich. Ok. Das war die Notive. Oh, dann gehe ich hier um was hinter den Ratsch. Genau. Und noch ein Ultimate, ja, also läuft gut. Das könnte es jetzt schon gewesen sein. Ja, ich glaube, der Drache kommt nicht mehr dran. So, was haben wir denn hier bekommen? Das ist Schrott, also bis auf die Properties eventuell, ja, die sind okay. Dragon Core nehme ich immer gerne mit, Dragon Bone ist, ich will nicht sagen Schrott, aber ich habe noch ein paar davon. Dieser Trottel. Wir waren in der Lage miteinander zu sprechen, aber am Ende des Tages konnten wir nicht miteinander kommunizieren. Wir haben uns einfach nicht verstanden. Ja, das ist tatsächlich oft ein Problem, auch unter Menschen, dass die zwar miteinander reden können, also sie können sich verstehen, sie können ihre Sprache verstehen, aber die leben in unterschiedlichen Gedankenwelten, also sei es kulturell unterschiedlich oder von in ihrer Ideologie unterschiedlich und dann verstehen die sich einfach nicht. Also das kann man ja auch in der Welt heutzutage wieder an vielen Stellen beobachten, wo unterschiedliche Gruppierungen einfach über die andere Gruppierung dann denken, mein Gott, was sind das alles für Idioten, weil sie einfach total unterschiedlich ticken. Ich fürchte, das bedeutet, wir müssen unsere eigenen Antworten finden. Na, Shari, ich dachte mir, ich habe mich schon seitdem, als die Stadt der Stadt, in der Zeit, als ich noch ein bisschen größer als die Welt gesehen habe, aber... Hey, Shelley, ich dachte, ich hätte mehr gesehen und wüsste auch mehr von dieser Welt, als irgendjemand sonst in dem Dorf, aber... In Wahrheit habe ich gar nichts gewusst. Ja, wird da noch ein bisschen philosophisch, der Cortis, und er wusste jetzt, dass er nichts wusste. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Ich weiß gar nicht, geht es hier überhaupt weiter? Ne, gibt also keinen neuen Ausgang, okay. Dann würde ich sagen, muss ich die Folge auch schon beenden. Sie ist jetzt auch nicht allzu kurz gewesen, aber denn wir haben jetzt gerade Mittwochabend, schon nach 10. Und da will ich die Folge noch eben schnell rendern und dann kann ich in Ruhe hochladen. Dann kann ich die vielleicht sogar noch um, na, kurz nach 11, halb 12 online stellen. Und vielleicht gibt es dann morgen eine neue oder so, das weiß ich noch nicht, ob ich morgen überhaupt zum Aufnehmen komme. Das wird sich dann zeigen. Und morgen, wenn es denn dazu kommt, dann machen wir da weiter, wo wir mit Kies hin müssen, also zu diesem Wassergerät und so. Da bin ich jetzt ja nach dem Game Over noch nicht wieder gewesen. Also das Gerät selbst sind wir noch gar nicht gewesen, aber auch den ganzen Bereich habe ich noch nicht wieder betreten. So gucken wir nochmal eben hier und was Neues ist. Ne, ist nicht. Gut, dann haben wir jetzt einfach nur den Drachen besiegt, damit eine Nebenaufgabe erfüllt. Und diese blauen Nebenaufgaben sind für mich immer die wichtigen, weil es gut für die persönlichen Beziehungen ist, glaube ich. Denn wir gucken mal, was haben wir jetzt hier an Status? Ne, Status. Formation, da steht das mit dem Friend. Okay, fehlen doch noch bei zwei Leuten ein bisschen was. Das will ich auf jeden Fall hinkriegen, die auch noch auf 100 zu bringen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie werde ich es schaffen. Gut, und für alle, die jetzt noch so lange drangeblieben sind, noch der Hinweis, es wurde jetzt tatsächlich bestätigt, so am 22. Am 22.6. ganz spät abends gab es noch eine Meldung. Ne, es war eigentlich schon der 3... Es war in der Nacht vom 22. auf den 23.6. Da hat sich nochmal Atelier Sophia bestätigt, oder Atelier Sophie. Das sieht wieder ein bisschen anders aus, das Spiel. Hat ein paar neue Funktionen. Und wird im September, Ende September in Japan erscheinen. Das heißt, wir können Glück haben. Und das Ganze kommt doch schon im März vielleicht hier in Europa raus. Oder April, meine ich. Meist kommen die Sachen ja im April raus. Natürlich, Shelly ist, glaube ich, jetzt im März rausgekommen, aber ich glaube, meistens ist es April. Und es soll wohl am Donnerstag, also wahrscheinlich der Tag, an dem ihr diese Folge hier sehen werdet, neue Informationen noch dazu geben. Denn momentan gibt es nur einen winzig kleinen Teaser. Zu dem Teaser kann ich schon mal sagen, dass mir das Outfit von unserer Protagonistin Sophia sehr gut gefällt. Und ansonsten kann man noch gar nicht viel sagen. Es gibt irgendwie Anpassungsmöglichkeiten der Charaktere, wurde gesagt. Und man hat als Gefährten irgendwie so ein Buch oder so. Ein bisschen an Nier. Naja, aber wird sicherlich nicht so gruselig wie Nier. Wir werden sehen. Sobald ich mehr gesehen habe, also vielleicht schon morgen erzähle ich mehr. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.